Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Anno 1404 Venedig. So, beim letzten Mal haben wir unseren Kaisertomen fertiggestellt. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Allerdings kostet uns der jetzt auch 1000 Unterhalt und wir machen Minus. So, und das ist natürlich nicht so schön. Wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie aus der Schuldenkrise hier rauskommen. Hier wollte man, glaube ich, Stein hinschicken. Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Am besten wäre tatsächlich, wenn wir auf irgendeiner Insel, wie zum Beispiel der oder irgendeiner anderen Insel, anfangen nochmal hier Häuser zu bauen. Ja, ja, ja. Das sollten wir vielleicht tun. Und das machen wir jetzt auch. Diese Baupläne könnten euch nützen. Wir bauen hier mal so ein Bazar. Und werden einfach mal anfangen hier... Einmal Häuser hinzubauen. Und wir brauchen... Was brauchen wir denn eigentlich? Brauchen die denn? Sag mir doch mal, was die brauchen. Ich habe keine Ahnung. Salam Aleikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Jetzt mal mal einsehen. So, wir brauchen Datteln. Datteln. Können wir machen? Gar kein Problem. Machen wir erst mal hier. Und jeder hat bekommen, was er wollte. So. Und dann vielleicht noch... Hier. Ja, wie viele Datteln brauchen wir denn? Das ist eine gute Frage. Das Gewitter hat sich gelegt. Hm. Gute Frage. Gute Frage. Das ist ja nicht Quatsch, dass wir hier ins Haben war. So. Dreimal Datteln. Das sollte erst mal genügen. Für den Anfang. So ist es recht. Dann bauen wir... Hier mal Häuser. Ah. Jetzt passt es hier nicht. Naja. Nicht so schlecht. Ihr habt der Akademie einen großen Gefallen getan. Haben wir? Wo? Hab ich auch mal verpasst? Hä? Na, also sei mal... Die Detail... Die Detail... Bleiben besser unter uns. So. Mehr Datteln. Datteln, Datteln, Datteln. So. Okay. Also unterdessen ich hier so ein bisschen... Äh... Das im Bau. Ich habe bis jetzt immer noch nicht auf die neuen Kommentare einigen können. Äh... Was die ganze neue... Systematik angeht. Äh... Wie wir... Oder was wir als nächstes Projekt starten. Habe ich leider noch nicht geguckt. Äh... Tut mir furchtbar leid. Ist halt einfach so. Ne? Das Kaiserreich verlangt nach euch. Äh? Wir können uns doch eurer Mithilfe sicher sein. Äh... Sicher dort. Überzeugt machen. In der Stadt Goldfurt wird jemand gesucht. Bringen sie zum Konter von Kaiser. Ein Ritter. Okay. In Goldfurt rennt irgendwo ein Ritter rum. Du willst mich doch verarschen. Weißt du eigentlich wie groß diese Stadt ist? Und hier soll irgendwo ein Ritter sein. Ich habe dafür eigentlich überhaupt keine Zeit. Hätte ich wenigstens Kohle, würde ich ja sagen. Ja. Aber jetzt... Äh... Glaube. Ja, da müssen wir eine Moschee bauen. Hilft ja alles. Das war... Ja, das ist schon gut. Doch, dann stellen wir die lieber hier in die Mitte. Die Moschee. So, jetzt haben sie Glauben. Dann brauchen sie noch Milch. Und Besitz. Aber das machen wir dann Stück für Stück. Äh, bauen wir erstmal Häuser. So. So und so und so. Wie kannst du mir so etwas antun? Was? Ich habe nichts getan. Okay. Äh, mehr Häuser, ja. Arbeit bringt uns nicht wirklich sehr, sehr viel Geld einsehe gerade. Das ist ein bisschen... Ich will nicht sagen, für den Arsch. Aber... Aber... Ah, Dolle ist nicht, ne? Bist du keine Waren mehr her. bleibt mir aus können wir leider nicht tun so okay unser dörfchen ist hier fertig schon wieder lasst mich doch in frieden wenn man es schnell mal hier die steine ausladen holz ausladen und dann machen wir uns auch hierhin nämlich sachen verkaufen bevor wir komplett wenn ich euch damit unterstützen kann so ist mir recht sein sehr gerne das ist ja nicht wahr er ist ja wirklich nicht das ist euer begehrt ihr habt recht dieses traktat stammt von mir ich bereue bis heute dass ich es jemals verfasst habe da will man ihm einen kleinen einschmeichel ergeben und er ist einfach nur stink sauer warum haben wir hier nicht auch hier keine milch an es ist schon wieder sehr sehr merkwürdig alles komisch 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 so dann ja das wird nicht funktionieren dann müssen wir das hier hinsetzen ihr werdet wieder von mir hören so ich weiß halt nicht genau das geschäft gemacht das ist nicht gut dass sie so ganz nach meinem geschienen ja 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 der ist noch auf seye okay aber die haben jetzt auf jeden fall Teppiche brauchen wir Farb. Naja, nee, das können wir uns nicht leisten. Altfarbe haben wir hier. Indigo-Plantage. Naja, war nicht hier. Teppiche, ja, müsste man, kann man sich vielleicht irgendwann, ja, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Also erstmal, bin ich ehrlich, würde ich hier nicht auf, wie nennen die sich hier, Gesandte gehen, würde erstmal nur die normale Bevölkerung, um hier zu versuchen, ein bisschen zufriedener zu stellen, dass hier schön viele Leute darin leben, da warten wir jetzt einen Moment und dann, ja, dann sollte das schon passen. Okay. Ein Ritter. Vielleicht rennt er hier vorne irgendwo rum. Im Bauernviertel kann ja sein. Also so eine Aufgabe, jetzt hier eine Aufnahme zu machen, ist natürlich... ist natürlich nicht so schön. Aber wir müssen das tun. Ich nehme von dir, was mir zusteht. Da! Ach Gott, was... gesuchte Person gefunden. Oh nein, ich habe kein Glück gehabt da. Okay. Bitte einmal den Ritter einladen. und... ja, was haben wir hier relativ viel? Glas. Glas. Noch mehr Glas. Und vielleicht... Fleisch. So, und das verkaufen wir jetzt erst mal, um uns wieder hier ein bisschen... Geld zu schaffen. So, wie es bei euch aus. Milch ist noch nicht ganz voll. Wir warten noch ein bisschen, ob hier vielleicht noch ein paar Leute reinkommen. Und dann schauen wir mal. Also Glas bringt auf jeden Fall richtig fett Kohle, glaube ich. Könnte uns raus aus den Schulden. Schulden scharfen. Selbstverständlich, mein Kaiser. 15.000? Geil. Das, äh, 15.000 ist absolut geil. Und nochmal 24.000. Schön. Okay. Äh, was? Kanonen? Proviant? Ei. Äh, äh, ich habe kein Proviant. Wie wird ein Proviant hergestellt? Zeug, 20 Tonnen Proviant, ja. 20, 40, 60, 65. Okay. 65 Proviant. 65 Kanonen. 65 Kanonen. 8. seht es als Investition in die Zukunft. Wo ist denn unsere Waffenproduktion? Ist die hier? Wo ist unsere Waffenproduktion? Warte, da können wir unseren Handel anschauen und dann gucken wir mal nach... Die müssen wir noch umbenennen. Kaffee, Perlen, Fütte, Merle. Werkzeug und Waffen. Auf dieser Insel. So, dann sage ich mir mal... Äh, jips, hier... Guck mal, wir haben das und das. Das heißt, wir müssen nur... Wir haben hier nicht genug Werkzeug. Okay, pass auf. Pass auf. So, wir fahren jetzt mit dem Schiff hierhin. Hat das zurückgekauft, oder was? Nee. Ich werde zu verhindern wissen, dass euch der Erfolg zu Kopf versteigt. Ist es jetzt Krieg, oder? Nee. Doch, jetzt ist Schluss damit. Äh, doch, es ist Krieg. Das ist gar nicht so toll. Aber... Aber... Ja, stimmt. Wir hatten ja hier... Wir haben ja hier angefangen... Ähm... Krieg zu führen. Ei, warte mal, warte mal, warte mal. Wie macht man das? Wo sind denn unsere... Armee-Leute eigentlich? Wo sind denn unsere Truppen? Hatten wir die nicht hierher geschickt? Hier sind sie. Okay. Ach, daher kam dit. Wir haben eine Straße gebaut und so, bla bla. Wir haben ja nicht mehr von mir hören. Okay. Aber wenn er uns jetzt den Krieg erklärt hat, dann könnten wir eigentlich direkt hierher, oder? Bevor wir... Und wir müssen gucken... Er schickt ja hier... Äh... Schiffe los. Ja. Ja, jetzt ist es jetzt schon wieder so weit, dass wir hier Krieg führen, eh. Und wir... Aber wir machen immerhin plus. Wir machen immerhin plus. Okay, wir müssen bitte alle hier stehen. Wir werden jetzt hier die Steuern anheben. Und dann müssen wir... eine gegnerische Flotte dringt in ihr Hoheitsgebiet vor. Okay, wo? Ein feindlicher Scherge treibt sich in ihrer Stadt herum. Aber die werden immerhin angegriffen. Weil ich mich relativ gut aufgestellt bin, mit jedem Kontor. Das ist aber auch ein Kriegsschiff. Ach, hey, das ist schon hier vorne. Hm. Beide sind an mir vorbeigefahren. Das ist schlecht. Okay. Dann schicken wir die Schiffe mal hier hin. Mann, ich hab kein Geld für sowas. Herrgott, noch mal. Wir müssen schnellstens hier eine kleine Produktion von... Kanonen aufbauen. Was ist das hier? Eisen. Hört sich gut an. Ja, dafür hab ich jetzt keine Zeit. Denn lassen machen. So. Dann... einen Weg. So. Ich weiß nicht, ob das so geht. Dann... äh... eine Schmelze. Die brauchen Holz. Und dann brauchen wir noch Kohle. Kohle. Dann erlaubt euch, diese Gebäude zu errichten. Ja. Nicht genügend Baumaterial. Stein fehlt. Ei. Ich hatte doch grad so viel Stein. Mann. Ist hier Stein? Ja, hier ist sie noch Stein. Du wirst es verschmerzen. Okay, der fällt jetzt runter. Holt Stein. Haben die die jetzt schon eingeholt? Beide? Ja. Ja. Dann mit der Attacke. Greif ihn doch an. Ach. Drei Einheiten kommen. Könnte die tatsächlich kriegen, aber... Aber... Oh, der ist jetzt schon wieder so aufregend mit dem... Ah. Das ist mit dem Mikro-Management und so. Das ist nicht so schlimm. Er wird nach und nach seine Schiffe an meinen Häfen verlieren. Das. So, das wird eingenommen. Dann nehmen wir das ein. Hier ist natürlich noch ein Scheißen direkt oben. Ja, das hier ist natürlich sehr schlecht. Keine Wagen mehr her. Okay. Also ja, zwei Einheiten schaffen es wahrscheinlich leider. Da steht unter Beschuss. Eine ihrer Truppe steht unter Beschuss. Oh, denn. Nee. Steht genau unter Beschuss hier. Das könnten wir tatsächlich noch kriegen. Das wäre richtig gut, wenn hier nur eine Einzelle Einheit an Land geht. Das ist richtig, richtig gut. So, jetzt werden wir... Jetzt werden wir... Wenn man eine Nachricht gekriegt... Okay. Also. Nein. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Nein, das nicht. Also es ist jetzt schon sehr gefährlich, dass hier so viele... Ähm, Schiffe... Ähm, Schiffe... Ja. Dieser Konflikt kommt mir sehr... Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Seid ihr gekommen und nicht zu dir wichtig. Oh. Oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ein Gegner hat ihr Schiff vernichtet. Er hat richtig, richtig viele Schiffe. Das... Nee. Nee, nee, nee. Das ist... Das ist überhaupt nicht gut. Ähm. Ich sag mal, das wird auf Dauer... Wird er nach und nach ein paar Schiffe verlieren, sicherlich. Aber er hat halt auch eine Menge Cousaren-Schiffe, sehe ich gerade. Das ist... Der macht hier richtig Rabatz. Und das freut mich gar nicht. Eine Produktion kommt zum Erlieben. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Eines ihrer Gebäude wird angegriffen. Okay. Wir müssen... Das ist gar nicht gut. Aber wir kriegen hier nach und nach ein paar Schiffe weg. Schon mal zwei. Das ist sehr gut. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr genug... Stein. Ne. So. Jetzt erstmal hier. Ich bin echt ein bisschen... Schiff fertiggestellt. So. Jetzt fahren wir mit dem jetzt hier hin. Ja. Gut. Das Schiff wurde fertiggestellt. Das heißt, das muss auf jeden Fall auf Route 19... Dass das wieder läuft. Und das ist jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, das war nur hier Milchkacke und so. Also... Da ist... Da ist nicht so schlimm. So. Auf jeden Fall... Hier noch ein Turm. Weil die kommen ja immer wieder hierher. Salam Aleikum. Es ist mir wie immer... Dann... fahren die hierher. Da... Ich euch so ansehe... Ja. Schwierig. Schwierig. Warte mal. Nee. Doch. Wir müssen hier noch mal ein bisschen was rausholen. Und zwar ein bisschen Werkzeug. Und ein bisschen... Stein. Und hier so. Ja. Okay. Die hierher. Die hierher. Äh. Die Brunnen nicht vergessen. Mal schnell mal wieder voll. Angriff. Okay. Dann... Der. Auf jeden Fall zum dem Hafen. Neu mal geladen hier. Damit der so weit fährt immer, ne? Also hier ist jetzt echt gerade Kacke am Dampfen. Bin ich ehrlich. Weil hier sind so viele feindliche Schiffe. Das ist schon richtig nervig. Okay. Wir müssen versuchen nach und nach hier irgendwie Schiffe rauszunehmen. Ich hätte auf meine Informanten hören sollen, als sie mich vor euch warnten. Haha. Ich hab nichts gemacht, mein Freund. Ich hab nichts gemacht. Okay. Wir versuchen jetzt... ...nach und nach hier mal ein Schiff abzufangen. Oder wenigstens ein bisschen Schaden zu machen. Und hier bauen wir uns, äh, unsere Reparatur, äh, Geschichte auf. Und, äh, dass wir hier auch wieder einen Ort, den Hafen haben. Das wäre sowieso ganz, äh, wichtig. Ist ja die mittelste Insel. Die sollte ziemlich doll befestigt sein, rein theoretisch. So, dann. Eine Reparatur. Kran. Und. Ein Turm. Jetzt fehlen uns wieder Steine. Nicht schlimm. Und noch ein Turm. Okay. Und dann. Das und das nehmen wir ein. Das ist schön. Mit dem Schiff fahren wir jetzt... Wir bleiben erstmal hier. Was ist mit denen? Das passt auch. Die können vielleicht hier ran fahren. Äh, ich hab jetzt keine Zeit, Alter. So. Jetzt brauchen wir Werkzeug und Waffen. Und hier müssen jetzt noch... ...Kanonen transportiert werden. Und die Kanonen laden wir hier aus. Okay. Und jetzt, wo wir Kanonen transportieren, brauchen wir tendenziell mehr Kohle. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ja. Er greift mit seinem großen orientalischen Handelsschiff mein Schiff an. Es ist so frech. Aber ich hab ja hier aufgestockt. Aufgestockt. Hier sind einige Türme. Feindliche Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesessen. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Das ist so frech. Also wirklich. Ich nehme von dir, was mir zu... Aber wir werden hier nach und nach die Schiffe ausdünnen. In Sachen wie das. Wir müssen nur ein bisschen neue Schiffe nachbauen. So, jetzt sind hier noch relativ viele, der fährt hier eine Art Patrouille oder was oder wie oder was oder... So, wir lassen die mal hier stehen. Wir wollten jetzt auf unserer Insel hier... Ähm... Nochmal Kohle abbauen. Können wir nicht bauen, weil fehlt Werkzeug. Okay, dann bringen wir kurz das Werkzeug wieder zurück. Oh, Mann. 28 Minuten haben wir noch. Also wir müssen die Mission auf jeden Fall fertig kriegen. In dieser Folge. Und dafür, dass wir die Hälfte davon noch nicht produziert haben, ist das schon heftig. Okay. Ähm... Wir machen ein bisschen Minus. Das ist nicht gut. Wie machen wir das jetzt? Also wir haben uns ein bisschen aus den Schulden raus manövriert. Ein ganz bisschen. So. Wir haben jetzt hier nochmal... Nochmal Kohle. Und dann bräuchten wir wahrscheinlich auch nochmal Holz. Und dann bräuchten wir das jetzt. Ist der da? So. Da. Oane. Hier ist... Naja... Das ist gerade eine größere Flotte hier. Die hier rumfährt. Das ist so frech hier. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Alles andere sind nur grüppchenweise kleine Schiffe. Aber das hier, das ist bitter. Diese Flotte aus irgendwas Schiffen. So, jetzt nehmen wir uns das. Und danach werden wir wirklich versuchen, das hier zu nehmen, weil das ist ein großes. Das wäre schon gut, wenn das weg wäre. Er wird scheiße labert. Vielleicht verkaufe ich dir einen. Er fährt aber... Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. So, was haben wir? Perfektionist. 24 Stunden an dieser Partie. Yo, wir sind ja auch bei Folge 24. Muss ja denn sein, ne? Sehr schön. Das wollten wir erreichen. Das große Schiff ist weg. Orientalisches Kriegsschiff haben wir hier so. Ach du meine Nase. Ich habe jetzt eh keine Zeit. Ich habe mein Konto hier. Es ist alles schön. Dann kümmern wir uns jetzt um die Ratte. Okay. Er hat wieder ein paar Schiffe verloren. Wir hatten jetzt hier gesagt, wir wollten nochmal mehr Holz bauen. Also einmal haben wir ja schon. Ich baue einfach zweimal Holz. Mir ist es tatsächlich lieber oder ist mir sicherer. Weil die Produktion hier von Dingsbums darf nicht ins Stocken geraten. Ich sage euch. So. Und jetzt jetzt ist es soweit. Das Schiff fährt jetzt hier hin. Wir machen 64 Nasse. Eigentlich sogar noch mehr. Ein Rohstoffvorkommen ist fast erschöpft. Kacke. Was hat mir gerade neu gefehlt? Kann ich nicht. Wir müssen mal hier das runter machen. Weil ich sehe hier einen von acht Bauern. Na ja. Was ist das? Es müssen ja erst mal hier neue Leute reinkommen, oder? Ein von acht. Das ist doch Schiete. Das ist klar. 25 und 25 ist gut. Zwei von acht. Ja. Tu das. Mich stürzt nicht. Was ist? Willst du bei mir? So. Alle Schiffe repariert. Das ist repariert. Und das muss auch noch repariert werden. Okay. Ach. Mensch. Können wir uns leider nicht leisten. Jetzt ist so frech, willst du? Und jetzt fährt er zurück. Aber nicht mit mir, doch. Äh, jetzt schau ich nicht. Ich bin zu weit weg. Schade. So, dann. Wie verfahren wir jetzt weiter? Wir haben noch 22 Minuten. Wir können ja schon mal anfangen, Sachen aufzuladen. Wir brauchen Waffen. Das ist auch so ein Problem. Das ist auch so ein Problem. Ich schaffe es doch niemals in 20 Minuten noch 100. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Also 65. Ne, warte mal. Wie viele Waffen will er haben? 300 Tonnen Waffen. Also 65 und 65. Das haben wir schon mal. Das ist gut. Aber wir brauchen jetzt noch die 300 Tonnen Waffen. Und jeder hat bekommen, was er wollte. Dann legen wir das mal bitte kurz still. Und für die drei Dinger Bauen wir Waffen. Dafür brauchen wir Werkzeug. Brauchen wir dafür noch nicht, dass wir das Thema fahren. Werkzeug und ein bisschen Holz. Aber Holz produzieren wir eigentlich hier. Naja. Äh, Werkzeug. Dann fahren wir wieder hier runter. Oh Mann. Waffen, Waffen, Waffen. Äh, wo stellen wir Waffen her? Ich glaube, wir stellen sowieso nur einmal Waffen her. Und deswegen ist das ein ganzes Problem. Ich denke aber, wir haben mehr als genug. Ne, aber haben wir gar nicht, ne? Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Bräuchte noch mehr schmelzen, sehe ich gerade. Schiff. Wo? Ja. Ja. Ihr Schiff wird zielgegnerischen Freunden. Mein Gott. Jetzt langt's. Jetzt langt's. Lökratie in jeglicher Hinsicht. Leute, den kriegen wir. Da sieht gut aus. Schöne Salve. Gut, den holen wir uns. So, er ist gleich da. Wir machen schon wieder 400 plus. Seht ihr? Das ist das Wichtige. Aber ich sehe gerade, wir haben hier unten die Kirche vergessen. Wo bauen wir die Kirche hin? Kirche. Hier. Dann haben die da unten nichts. Oder wir bauen zwei Kirchen. Einmal hier. Hier. Ja. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Einmal hier. Und. Du wirst es verschmerzen. Die haben. Ja. Und dann eben mal hier. Geht ja nie anders. Ist doof. Aber ich glaube, es ist besser, ein paar weniger Häuser zu haben. Anstatt halt. So. Jetzt wollen die sich alle ausbauen. Das ist wunderschön. Und jetzt kriegt er fette Steuern an den Hals. Und wir machen wieder 1000 plus. So. Jetzt ist trotz kaputt noch so schnell. Krass. Aber wir kommen ran. Wie zerschaltet es, Ehre. Ein gutes Geschäft ist mir willkommen. So. Okay. Die 2000 waren sehr, sehr wichtig für uns. Wir machen jetzt Schiffsjagd. Wir machen jetzt hier nach und nach. Sag geht es. Aber das wird zu schnell sein, wa? Das kriegen wir leider nicht. Aber das hier sollten wir kriegen. Wenn es passt. Ah. Das sieht denn... Ja, nee. Nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Danke. Die sind so schnell. Das ist echt Wahnsinn. Okay. Die bitte hier hin. Oh, das ist gar nicht gut. Warum sagt er mir jetzt erst Bescheid? Why? Ganz und gar ehrenhaftes Geschäft. Junge, der schallert aber auch rein, eh. Was tut ihr? Ach, so das ist ja heftig. Äh, warte mal, warte mal. Gutes Geschäft. Wollte ich denn jetzt machen? Hier. Herr Lager. Angriff. Ihr macht keinen Hehl aus euren schrägischen Absichten. Jetzt verlieren wir wahrscheinlich das, wa? Naja, dann ist es jetzt so. Ich weiß nicht, ob wir das noch hinkriegen. Wird knapp. Auf jeden Fall. Das weg wäre, wäre aber echt gut. Eure Hilfsbereitschaft ist beispielhaft. Äh, da hin, bitte. Ihr Schiff wird ziel gegnerischen Feuers. Ah, das sollten wir aber noch schaffen. Noch zwei Schüsse. Noch ihn mal, komm schon. Boah, Junge. Ich helfe euch gerne aus. So. Können wir so noch mit dem. Puh, okay. Also, die verlieren leider, aber wir gewinnen dann hier. Naja, dann ist es so. Dann kann man es leider nicht ändern. Äh, ist okay. Wir machen auch wieder 1000 plus. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, das ist hier alles das Ende. Äh, die Zeit verjährt so schnell. Äh, Entschuldigung Leute, wenn ich vielleicht ein bisschen aufgeregt und ein bisschen wenig gequatscht habe. Und wir wollten eigentlich so viel die Folge machen. Aber irgendwie. Scheiße, was. Wir haben Janisch geschafft. Um hier wenigstens ein bisschen weiter zu machen. Ja, das ist halt eh eine kleine Heerlager, ich weiß. Das ist nicht so schlimm. Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Ja, um hier wenigstens ein bisschen weiter zu machen, würde ich jetzt hier tatsächlich schon mal wieder ein paar Häuser bauen. Das wird ja dann hier der Bereich der, will mal sagen. Ja, was wird denn das für ein Bereich hier? Wiss ich eigentlich auch nicht. Ja doch. Was werden denn hier so die hier? Die Patrizia Häuser. Und hier oben wollten wir ja generell, generell tendenziell so, äh, wenn die Zeit fast vorbei ist. Sehe ich gerade. Ach, wir haben ja jetzt die Waffen vergessen. Ach, du meine, naja, so. Waffen, Waffen, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gute. Können wir einen Teilauftrag abgeben? Vielleicht. Oder ich kaufe Waffen. Ich habe nicht genug Geld und Waffen. Hier sind 100 Waffen schon mal wieder drin. Ich doze, verkaufe ja auch noch Waffen, ne? Ich kaufe Kanonen, so ein Quatsch. Die produzieren wir jetzt selber. Ich habe einige Fehler gemacht. Keine Ahnung, ob ich das jetzt noch hinkriege. Glas. Wie ist es meine Kriegsschiffe hier? Die sind gleich wieder bereit. Dann können wir da gleich weitermachen. Das, genau, das ist das Schiff. Frech. Einfach nur frech. Also, ich weiß doch langsam nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach nur noch frech. Geht ihr mir bei dieser Sache zur Hand? Der Kaiser wird langsam ungeduldig. Nein. Wegen so ein bisschen, wie es er aber... Sehr gut. So. Der nimmt jetzt das ein. Das ist sehr, sehr gut. Und langsam scheint er ja ein bisschen... ...wieder gedämpft zu sein. Was die ganze Geschichte angeht, oder? Seht ihr das richtig? Olle Gas oder Guy oder wie er heißt. So, Waffen. Wird er aber nicht schaffen, oder? Können wir einen Teilauftrag schon mal abgeben? So ist es recht. Auf einer Insel ist ein Zentralerlei. Und da kommt sicher noch eine... ...ääh, noch eine Mission hier. Kleines Handelsschiff. Ja, dafür bräuchte ich halt auch Waffen. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Und wir haben noch... ...10 Minuten. Wie viele Waffen haben wir jetzt hier drin? 5, 6. Wo ist... Glas, Farbe, Kaffee, Ton. Der bringt noch mal 21 Waffen. ...bestellt keine Waren mehr her. Aber das reicht halt noch lange nicht. Wissen wir nicht schaffen, oder? Ich hoffe nicht. Würde uns richtig viel Geld bringen, aber... ...wahrscheinlich würde uns das richtig viel Geld bringen. Keine Ahnung, wir Waffen kaufen vielleicht. Jetzt kannst du erzählen, Hassan Ben-Sahid hat dir ein Loch in die Geldbörse gebrannt. Was auch, wir fahren jetzt hier hin. Das schaffen wir noch. Kaufen dort Waffen. Vielleicht... ...können wir hier auch noch Waffen kaufen. Vielleicht verkauft uns jemand noch zufällig was. Das wäre natürlich gar nicht so schlecht. Wir fahren nach unten und holen Waffen. Das wird so 2, 3 Minuten dauern. ...können wir hier nicht unter die Arme greifen. Hier? Was ist mit dir kaputt? Why? Wo sind wir hier? Hier. Wer ist doch... Ah. Ist er mir... Ist er abgehauen, oder was? Wo ist denn der... Da war doch so ein kaputtet... ...kaputtet Schiff. Ja, ich habe natürlich gar nicht gesehen, dass hier natürlich... Ja, so. Äh, vielleicht... ...ist das billiger, wenn wir so... ...so einen Troben hier bauen. Ne, braucht 20 Steine. Okay. Da kann man auch so ein Reparatur-Ding hier hinsetzen. So. Okay. Dann wird mir der Hafen dauerhaft repariert und dann ist das schick. Kriegen wir ihn? Ja. Ich glaube, wir kriegen ihn. Aber... ...wir werden jetzt hier gar nicht... ...äh, lange umher... ...tingeln. Sieben Minuten. Das wird richtig knapp. Und dann wieder zurück... ...und dann einladen. Das wird eine Minutensache höchstens. Ich habe mal 21 Waffen hier. Jetzt werden gleich mal durchzählen. Wenn wir jetzt hier gekurft haben, wie viel wir dann haben... ...und wie viel wir dann im Endeffekt noch brauchen. Also... ...75er Stack. Macht ja 150. Ist relativ einfach. Wir müssen alles voller Waffen haben. Das heißt... ...35, 36 und nochmal 75. Wir brauchen nur über 100 Waffen. Das ist übel. Das ist übel. 100 Waffen. Ey, wie soll ich denn... Also das ist schon heftig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Anni, das ist ja Tatsache... ...dass man ja wahrscheinlich... Ich sag mal, wer hat denn bitte schon... ...300 Waffen auf Lager? Ich sag mal, jeder verkauft die Scheiße. ...geschäft gemacht. Die Detail bleiben besser unter uns. Mach schnell. Will dabei nicht mit dir gesehen werden. Ich hoffe, du hast... ...nehm mir doch nicht hier auf den Sack. Ja Gott, ich habe keine Zeit. Was führt dich zu mir? Es macht doch nichts, dass das Zeug etwa... Dann ist es abgemacht. Waffen möchte ich kaufen. Alle. Kann man das nicht erneuern? Kannst... Verkaufst du mir hier auch nochmal warten? Ach. Nee. Nee, hat er nicht. Äh. Hier ist man in die Richtung fahren. Hat der zufällig Waffen? Und jeder hat bekommen, was er wollte. M-m. Könntet ihr mal alles hier freischalten? Aber Waffen bringt uns das leider auch nicht. Schwierig. Das ist wirklich, wirklich schwierig. 50. Wir haben 25 gekauft. Ah, könnte... Könnte ganz knapp reichen. Man greift eines ihrer Gebäude. Man greift eines ihrer Gebäude. Ja, haben wir ja... Haben wir ja vorhin drüber geredet. 7500. Oh, ihr. Ihr. Äh. Wir sind hier gleich soweit. Fünf Minuten. Auch das wird in dieser Folge noch stattfinden. Aber wir haben zu lange getrödet, wa? Drei Minuten. Das schaffen wir nicht. Zurück zu kommen. Und die Waffen einzusammeln. Und die noch abzugeben. Und dann... Müsste ja noch... Dann müsste ja noch das andere Schiff mit den Waffen wiederkommen. Aber das ist gerade hier unten. Und ich glaube genau die Waffen bräuchten wir. Und das wird nicht rechtzeitig passieren, glaube ich. 2 Minuten 40. Ah, es ist so ärgerlich. Wirklich. Vor allem, es fehlt halt kaum was. Weil niemand verkauft auch Waffen, ne? Und die fordern Waffen. Das ist frech. Keine Ahnung, wie lange bräuchte ich, um runterzufahren. Rüberzufahren, meine ich. Was ist denn das Waffen-Ding? Oh, der ist ja auch da. Sollte es denn doch noch reichen? Hä, ich hatte doch gerade die Waffen. 42. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. 68. Nein! Es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Oh, nee. Ne, also jetzt. Ja, hat leider nicht erreicht. Bin ich ehrlich, ich habe hier ein Warenlager voll mit Zeug. Ich hoffe, er bietet mir dieselbe Mission einfach nochmal an. 38 Sekunden. Ja. Ich habe leider keine Chance. Brauchen wir hinfahren. Reicht mich verrechnet? Reicht doch? Nee, nee, leider nicht. Oh Gott, belästet hat er recht. Wo ist der Übeltäter, der mich hier angegriffen hat? Wo wir fahren? Ach, Kaisi. Scheißdreck. Ah, das ist doch kacke. Das stört mich jetzt. Das ist echt doof. Wir laufen jetzt. Ich helfe euch gerne aus. Aber, was soll's? Wir verkaufen, weil wir jetzt wieder Waffen lassen uns aber einen gewissen Teil hier drin und wir reißen hier mal die Waffendinger ab. Und wir reißen auch das ab. Dann haben wir hier zwei Schmerzen. So, und die können aber wieder ein Janger sein hier. Das ist ja nie so schlimm. Und das laden wir hier alles an. So. Also. Oh, okay. Also da haben wir gerade aber ordentlich auf den Sack. Ich kriege ich gerade. Und welches Gebäude wird angegriffen? Spiel gespeichert. Mh. Ein gutes Geschäft. Das hier oben. Naja, gut. Aber das passt schon, würde ich sagen. Wir haben nicht genug. Also der kriegt ja immer hier auf den Sack. Und guck mal. Die Karte. Also hier so hinter mir. Ihr seht's ja. Man hat kaum noch schwarze Punkte. Das sind Cousaren. 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 Wo hat er noch was? Hier ist ein Handelsschiff. Und. Hier ist ein Handelsschiff. Und hier ist ein Handelsschiff. Ja, by the way. Das ist sein letztes Kriegsschiff. Wir haben ihn wieder zu Fall gebracht. Und das nehmen wir hier auch ein. Handelsgebäude. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Und dann gehen wir weiter. Und zwar nach hier. Schön. Okay, Freunde. Ich würde sagen, ich warte erst mal. Entschuldigung, wenn ich heute nicht so viel gequatscht habe, dann ist das eher so eine, äh, ja. Andere Folge halt mal. Weil jetzt bitte nicht in die Kommentare zu schreien, wenn ihr jetzt überhaupt mal hin dazu guckt, um mir zu sagen, was mit dem neuen Projekt ist. Ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Woche noch und, äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Musik 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 Musik